Rufzeit, die Geschwistern! Und dann wollen wir den Rufzeit! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Ho, 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 liebe Kinder! Fröhliche Weihnachten! Hier sind aber viele Kinder versorgen. Und ich habe auch einen ganzen Berg Geschenke zu verteilen. Na dann, dann würde ich mal vorschlagen, gehe ich jetzt die Geschenke für mich oder könnte mir vielleicht eine kleine Weihnachtselfe dabei helfen? Ja! Dann gibt mir die Weihnachtselfe jetzt immer ein Geschenk! Es gibt Geschenke für alle Kinder!